Portugal Airport is that way! And where's Ronaldo? He's crying in his car! So du junger Schnuffer, I'm not crying. Du mal zuerst mal die sueren Coca-Cola weg, dann geh ab. Dann tust du mal echt Wasser trinken, das kann es effektiv nicht sein. For Ronaldo! I'm definitiv not poor. Ich bin da gerade im Tscheichen hochlager in Portugal und hab geschaut, wie er verloren hat. Wenn ihr anstrengt gegen die Franzosen. Hat es nicht gelangt, he? Hat es nicht gelangt, he? Where is Ronaldo? Where is Cristiano? Where is Cristiano? Where is Ronaldo? Where is Ronaldo? Where is Ronaldo? Where is Ronaldo? Entschuldigung, hast du es doch gerade gesagt. Where is Ronaldo? I am in my 8 am Tscheichen hochlager. And I look... I don't know the English word, wie er brüllen gehabt für Deli Domel, wie er da am Letzscher sind. Er hat gut gespielt, jawohl, aber leider nicht gelangt, he? Keine Kraft gehabt, die Scheichen, um ein Goal zu machen. Oder wie sieht es aus? Marocco! Suede! Portil! Airport! 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 Ich bin schon lange angekommen in die Tablet. Airport! Was ist das Gefühl? Ich habe irgendwie im Airport über Nacht in die Tablet. Gerade für dich habe ich genug Kollegen, I have private chat. Und dann könnten wir in die Schuhe blasen. Jetzt könnte er gegen Modric da um den 3. Platz spielen. Ja, Ronaldo lost! Where is he? Airport! Das interessiert kein Schwein! Kein Schwein! Kein Schwein interessiert! Das ist der 3. Platz! Lieber bin ich nach Hause und mal schön mein Pakalau fressen. Da hat halt ein wenig viel Gröt drin, ich weiss. Spirreweich. Aber ich frisse da mein schöner Pakalau, vielleicht mal eine Spiessen im Hals. Und ich könnte mir schön in die Schuhe blasen. Schönen Abend. Ah ja, Entschuldigung. Ich muss noch meinen äh... Ich habe ja noch... Ich habe ja noch einen Vertrag vorliegen, von 250 Millionen in Saudi-Arabien. Dann schaue ich mich einmal noch gemütlich an. Gell? Werden scheiche Anklagerungen. Schönen Abend miteinander.